Nee, ich habe Items nicht erreicht davor im Chat und da dachte ich, ich schreibe noch mal Items und dann ist mir eingefallen als Bart schrieb, oh. Vielleicht doch nicht. Viel Spaß. Viel Spaß. Viel Spaß. Der Pissar, Alter. Ich habe nichts damit zu tun. Hallo. 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 Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Honk Hork habe ich gefunden. Honk Hork. Die liegt da schon seit ungefähr 8, 9 Sekunden. Ja, doch, kann sein. Ja. Weil ich stand da live rein, als sie gekillt wurden und da standen auch ganz viele andere Leute und ich bin instant losgelaufen. Sie lag nicht in Electrical, sondern über Camps. Oh. Ja. Wie smart. Ich notiere alles, was wichtig ist. Woher weiß der, dass sie über Camps liegt? Weil ich die gesehen habe und du standest da, Terste. Stand ich nicht mit Vivi da? Du weißt. Nein, ich stand da. Du weißt, dass wenn ich im Simon Says stehe, ich noch Dinge sehe. Wenn sich jemand wegportet, ne? Oh. Echt jetzt? Ja. Oh, scheiße. Ich kehre die Blätter nicht strun auf. Ja. Ich dachte... Er hat doch Blätter auf dem Kopf. Ja. Ich lingel es auf dem Boden. Oh, schön. Ah ja. Rauch ist nackt. Ja. Also Jolie liegt vor... Geil. ...über Camps, ne? Wie Bart schon sagt, ja. 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 Hab ich gesehen. Ja, ich skippe immer. Ja, ich skippe auch nochmal. Also ich war mit Jeff, Lumi und ich glaube, Tim war auch an der Lifeline. Tim war auch an der Lifeline, ja. Aber nur kurz. Danach war Tim ja einfach weg, oder Tim? Ja, danach war er wirklich einfach weg. Ich meine, Tim hoch ist nicht da. Der war auf einmal weg. Ich hatte so geguckt, er hier. Und dann war nur auf einmal einer weniger. Warst du auch da, Dado? Nee. Aber ihr hättet mich immer übersehen. Dado ist noch klein, hab ich nicht gesehen. Dado habe ich immer wieder über... Ich stand hinter euch, aber ich konnte nicht sehen. Und manche hab's abgetreten, ne? Dado ist in die Blätter reingesprungen, die am Boden sind. Das ist so klein. Wer war denn noch? Da war noch eine dritte. Hier, feine Katze. Ich war gerade schon wieder am rausgehen auf der linken Seite. Nicht die Blätter naschen. Also Terste warst nicht, mit dem bin ich reingelaufen. Oder erst von rechts reingekommen. Ich dachte, ich bin mit Bart hingelaufen. Jetzt warst du ja. Nee, ich war das. Das war ich. Ich bin von rechts reingekommen aus Electrical. Und ich hab Terste und die Leiche gesehen. Und ich hab auch normalen... Aber du hast nicht gesehen, wie ich gekillt habe, ne? Nee, nee. Ja, Gott sei Dank. Das ist ja wie schon gesagt, acht Sekunden her. Gott sei Dank. Ja. Gott sei Dank, Mann. Gibt's ne Pumpgun? So, hat Jeff die Rechneraufgabe gelöst? In Medium. Hast du die Rechen... ...Aufgabe lösen können? Ich bin... ...sieer. Hast du die Rechneraufgabe lösen? Freunde, was ist... Was ist denn jetzt? 10 geteilt durch 0,5 minus 20. Ohne Taschenrechner. Ihr könnt das schaffen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ist das schon wieder lustig? Ach komm, das ist wirklich das allerletzte. Ne, also das ist wirklich das allerletzte jetzt. Also das ist... Komm, hier sind vier Leichen. Und der kommt als Muncher rein. Komm, gehen wir ruhig auch. Ihr meint, geh rein. Was? Oh, fuck. Ach du Scheiße. Da wurde gerade aber ordentlich... Auch du Scheiße. Das war so ein Quentin-Tarantino-Film. Das war einfach... Was war das? Also ich erzähl mal ganz kurz meine Perspektive. Ich glaube, als Unbeteiligter ist das am besten da was zu sagen. Ja, aber wie geil. Ich komm aus Specimen raus, geh an Admin, seh irgendwie acht Leute in Electrical, geh zur Lifeline und es fällt ein Kill. Und ich geh halt hin und dann liegt da so ein Kill in Camps und es stehen fünf Leute drum oder so. Ich geh kurz raus, mach Kabel, komm zurück, guck, ob der Kill da immer noch liegt. Fünf Leute stehen auf der Leiche und kam an diese Leiche. Ich geh nach unten, Licht geht aus oder was auch immer war, geh wieder hoch und es liegen einfach vier Leichen an der gleichen Stelle. Und Asus steht da. Okay, pass auf. Da haben wir alle auf Tim Horus' Leiche aufgepasst. Ja, genau. Da waren eine Million Leute. Und dann hab ich mich so ein bisschen darüber lustig gemacht. Und dann hab ich einmal geblinzelt und drei Leute liegen unter mir tot. Und ich weiß nicht, wie das passiert ist. Aber das ist ja geil. Einer davon war Imposter, ne? Ja, also mindestens. Ist das Imposter oder Chakal? Ist das böse? Nee, Chakal ist blau. Aber dann müsst ihr ja trotzdem wissen, wer da vier Leichen in Camps steht. Also grad eben waren noch zwei tot. Also eins war ein Blätter-Kill, kann ich euch vor Schur sagen. Mhm. Mindestens eins. Vielleicht auch zwei. Ja, ja, ja. Ich bin's. Der Blätter-Mann. Der Blätter-Mann. Der Blätter-Mann. Sonst kann ich mir das nicht erklären, wie auf einmal drei Leute da tot sind. War schon fallig, ne? Also da war ordentlich Laub im Office, sag ich mal. Was ist, wenn wir jetzt skippen? Was dann? Nein! Also eine Mutter ist tot. Nein! Wir können überlegen. Der Kill wurde ja praktisch in der Menge gemacht, gefühlt so. Da wird ja irgendwie wirklich... Der Erste wird ein Ninja gewesen sein. Vertraut mir. Ich kann euch sagen, eine Person war Sheriff. Ja, komm. Ey, skippen, skippen. Nee, Fleska hat ja gekonnt. Doch, doch. Ach, das war doch ein Joke. Ah, das mit dem... Ja. Oh nein! Oh nein! Vivi kann wenden. Vivi kann wenden. Was? Ich war nicht wenden. Drei Punkte. Ab mit dem Table. Da gäste ich jetzt auf Vivi. Nein! Das ist... Ich kann nicht gästen. Mhm. Ja, okay. Er kann Vivi eh nicht gästen. Weil Vivi... Was ist das denn für eine wilde Runde? Wie ist das denn jetzt schon wieder probiert? Jetzt macht der auch Sheriff, ne? Ey, er will einfach gästen. Er will einfach gästen. Ich hab... Baso war ja die, die auf den Leichen standen. Ähm, mit Bart. Also, Bart ist ja mit mir da runtergelaufen. Ist ja wieder hochgelaufen. Dann kam ich mit hoch. Dann lagen vier Leichen. Baso stand ja in der Zeit. Baso wird wahrscheinlich alle darin gekillt. Und er weiß, dass Lomenti jetzt wahrscheinlich Jackal ist deshalb. Ja, was ich euch aber sagen kann, ist, dass Daniel Jackal ist. Ach du Scheiße, ey. Ja. Äh... Ach so. Oh mein Gott. Sehr gut. Geil. Like a Boss. Okay. Deswegen hab ich, äh, einfach gefortet. So vertrau ich. Fless, geh mal wieder. Wieso? Gott. Okay, warte mal, warte mal. Was war Bart... Okay, warte. Wen hast du noch gewartet? Vivi. Oh mein Gott. Ja, Spoiler. Und Bart hat meine Leiche gefressen. Ja, ich hab nie gegessen. Die hab ich da hingelegt. Ich, ich, ich steh vor diesem, vor diesem Leckerschmecker. Okay. Ich steh vor diesem Leckerschmecker Fünf-Sterne-Schlemmermenü oben und kann nicht einen essen, weil reported wird. Ich bin so traurig gewesen. Ich hab eine Sekunde auf Ulda. Oh Gott. Oh Gott. Und da ich nicht wusste, wer Jackal ist, wollte ich entweder Lumenti oder Baso killen, weil der Letzte, der dann überbleibt, Jackal sein muss. Ich hab mich einfach. Haha. 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 I found out. Vielen Dank.